Speichert das Spiel selber? Das ist gut. Sonnenblume, du hast ein neues Item gefunden. Okay. Kann man mit ihm nochmal reden? Ja, man kann. Damit du Bescheid weißt, mit Münzen kann man viele Dinge kaufen. Du musst nur einen Ort finden, an dem du sie ausgeben kannst. Und, habt ihr einen Ort gefunden, wo ihr eure hart verdienten Münzen ausgeben könnt? Nein, habe ich nicht. Noch nicht. Okay, jetzt sieht er unter sich. Gut, gut. Gut, gut. Gut, gut. Ist da noch was? Aha. Oho. Oh. Oh. Was ist das? Ich habe noch nicht gelernt, wie man das macht. Oh. Schade. Oh. Naja. Ich komme wieder. Oder so. Oh, so herrlich. Das Spiel. Wo Problem? Wo? Pff. Komm ich auch nicht rein. Oh Mann, ich will einen Bosskampf sehen. So einen schwierigen. Normal. Ähm. Schauen wir mal da, was da ist. Die kann man noch nicht, ja. Nicht, nicht, noch nicht, 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 oh. Noch nicht, meine ich. Öffnen. Ja. Schade. Oh, wie sie laufen. Darf man beißen? Beiß. Oh nein, nicht tot. Ich hasse dich. Nein, Spaß. Ich liebe ihn. Mario. Mario, Gott sei Dank, bist du da. Ja, wo, 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 wo bin ich sonst? Du bist das erste freundliche Gesicht, das ich jemals gesehen habe in meinem Leben. Seit das Pilzkönigreich in diesem Schlamassel ist, dein Timing könnte besser nicht sein. Ich kann Toilette nicht, mal, nämlich nicht finden. Bipo sagt, all das wegen dieser seltsamen Röhren, die unsere Rabbid-Freunde mit in diese Welt gebracht haben. Ihr seht so aus, als wüsstet ihr, was ihr tut, zumindest halbwegs. Helft ihr mir, sie zu finden, bitte. Please. Please, habe ich gesagt. Okay, okay, nimm, da, zwei Euro. Aber du wirst am eigenen Leib erfahren, wie schlimm diese Röhren sind. So, schlimm sind sie, tu nicht so. Guck mal, wie das Wetter ist, so schlimm kann, was 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 kann so schlimm sein. Juhu, oh mein Gott, wir sind so glücklich, wir sind zu viert. Guck mal, bescheuert. Okay. Mario und Rabbids. Das grauenhafte, das Ende hat kein Ende. Ich glaube, wir müssen Ruhe bewahren. Oh mein Gott, das sieht aus wie Alpamare, wie Europapark. Ich schwöre, ich habe Lust bekommen, zum Baden gehen. Vielleicht nächstes Jahr. Oha. Ich hoffe, die Sachen sind nicht allzu teuer, ne? Ich meine... Bitte. Soll ich da rein? Oha. Aha, Bonus. Nimm, 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 nimm. Wie lange habe ich? 18, 17 Sekunden. So lange. Erstmal so kurz. Wo lange, wo? Schnell. Oha. Nimm. Voll schwer. Oha. Mann. Ich habe schon gedacht, ich verliere dich. Ich habe schon gedacht, ich verliere dich. Was ist das? Staubsauger. Turbine. Oho. Neue Waffe freigeschaltet. Du hast ein neues Item bekommen, du kannst es nicht anschauen. Ja, so ist das Leben. Man bekommt, aber man kann es nicht anfassen. Ja. Pech gehabt. Das Spiel ist so erfrischend, dass man sich dreckig fühlt. Was ist das? Oha. Juhu. Oha. Kann ich das wieder umstellen? Nein. Umstellen? Nein. Man muss das machen. Anscheinend. Von wegen, Mario hat keine gute Grafik. Guck mal. Oha. Toadette. Guck mal die Haare an. Pink. Juhu. Hallo. Hihi. Hippie da. Ich bin so froh, dass dir nichts passiert ist. Ich meine, ich bin so froh, dass dir nichts passiert ist. Oh, mir geht es gut. Aber worüber ich mir wirklich Sorgen mache, ist Prinzessin Peach. Mario, kannst du in den Pilzpalast zurückkehren und nachsehen, ob alles in Ordnung ist, ob alles in Koscher ist. Oh mein Gott, was ist mit deiner Stimme passiert, Toadette? Bist du eine Transe geworden? Ganz sicher nicht. Wir müssen finden, bevor... Aha, E-Mail. Noch eine, noch eine. Zeig, zeig. Brava, brava, dass ihr so weit gekommen seid. Ein weiser Mann, sagte einst. Und da nennt sich Brock. Wenn ich einen Baum in drei Stunden fällen soll, dann schärfe ich zwei davon, meine Angst. Das habe ich nicht gesagt. Ich rate euch dringend zum Pilzpalast. Zurück zu kehren und genau das zu tun. Bereitet euch auf die bevorstehende Schlacht vor. Nun, das ist ja alles schön. Gut, aber... Oui. Viu. Sicher fragst du dich, aber wie? In der Zeit, die du brauchst, um diese E-Mail zu lesen, habe ich dein Betriebssystem aktualisiert. Du hast nun Zugriff auf eine neue GPS-WRP-Technik, die ich Sploing nenne. Am Namen arbeite ich noch. Wie dem auch sei, aktiviere sie und du und deine Freunde kehren umgehend in den Pilzpalast zurück. Gezeichnet, dein größter Fan. Tja, das ist großartig, wenn es stimmt. Ich schätze, wir sollten es mal... Oh. Zurück in die Zukunft. Wo, Kinder, spiel wo? Ja, schon, aber das wird schon taktisch. Das ist noch der Anfang. Please. Ihr wollt, dass ich sterbe. Dass ich versage. Ui, ui. Mario, bist du es? Oh, bist du es? Nimm, 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 nimm. Mario, zum Glück... Ich meine, Mario, zum Glück geht es dir gut. Ich bin so froh, dich zu sehen. Du hast es bestimmt schon bemerkt. Pilzkönigreich herrscht Chaos. Du musst etwas unternehmen, Mario. Hast verstanden. Sofort. Ah, oh. Ähm, wer sind denn deine neue Freunde? Welche Freunde? Ich habe keine. Ah, verzeiht, euer Majestät. Ich bin Pipi, ein autonomer, intelligenter, wissenschaftlicher Forschungs- und Einsatzassistent. I know, I know, but what do I mean? Denn hier nennen wir Rabbit Luigi und das ist Rabbit Peach. Ich fürchte, sie nimmt ihre Maskerade ein wenig zu ernst. Tja. Puh. Peace. Pfui. Oh. Oh, oh. Was ist das? Oh, oh, oh. Pich sagt, ja, ihre Freunde sind auch ziemlich bescheiden, temperamentvoll, wie man sieht. Wo Temperament, wo? Pipi sagt, wie es scheint, sind die Rabbids, die mit dem Megabug entrissen haben, hier gelandet. Oh, wie der Polo kommt. Und sie sind kütschfrei, kütschfiedel. Was? Was ist kütschfiedel? Egal. Ganz genau. Und sie tauschen genauso plötzlich auf wie ihr. Oh. Oh, ja. Sie waren sehr fleißig. Nein, nein, so mache ich nicht. Oh, ich schlage vor, ihr seht euch an, wie sie gebastelt haben. Wenn ihr die Gelegenheit dazu habt. Ja, viele Let's Play machen das. Aber nicht Brock. Ich werde mit meiner sehr tiefe Stimme, oder hoch war das, nein, tief, lesen. Pipi sagt, ich habe, nein, ich habe fertig. Ich glaube, da gibt es etwas, das sich kampfzentral nennt. Oh mein Gott, ich habe so viel gelesen. In meinem Leben habe ich noch nicht so viel gelesen. Noch nie. Pipi sagt, Pichko, Mater. Äh, ich meine, ich meine, Pichsa. Und dann ist da noch das Museum. Sie lieben es, Souvenirs aus dem Pilzkönigreich zu sammeln. Sammen, habe ich gesagt. Kommt, schauen wir noch mal, was unsere Rabbit-Freunde so alles treiben. Ähm, äh, äh, vom Lesen habe ich, äh, Zungenkrebs bekommen. Was ist das? Oha, komm ich da rein? Ey, Pich. Vergiss nicht, äh, vergiss nicht. Die Kampfzentrale und das Museum ist, äh, zu besuchen, bevor du aufbrichst. Es lohnt sich wirklich. Was lohnt, wo? Wo lohnt, wo? Was lohnt? Oh, Twitch-Eule. Wie geht es mir schlitz? Grüß dich, grüß dich. Ha, yo. Vergiss nicht, geh weg. Geh weg. Rette nicht mit mir. Das Spiel ist so brutal. Oha, oha, oha. Ja, wo muss ich weitergehen? Nur Gott weiß das.